Und der Trainer, der ist ja bekannt, der wollte Kaffee trinken. Ich sagte, Trainer, das geht hier auf der Transitstrecke nicht. Wir können nicht anhalten, wir sind hier nicht in Westdeutschland, sondern wir sind auf einer Transitstrecke. Ich sagte, Baki besorgt mir lokal. Kurz vor einer LPG oder so, stand da so Gastwirtschaft. Ja, Trainer, da rein. Da kamen wir da rein, das war ein Vereinsheim von einem Kaninchenzüchter. So, wir angehalten mit unserem Bus, alle raus, Kaffee trinken. Wir wurden aufgenommen, das ist unbeschreiblich. Haben die euch erkannt? Alles, ja klar, alles was wir wollten. Von selbstgemachten Rouladen über Rotkohl, alles, Kaffee, Kuchen, alles wurde hergeholt. Aber immer im Nacken bei mir, wenn da draußen jetzt ein grünes Auto hält, wo Volkspolizist dran steht, sind wir im Eimer. Das war jetzt nicht auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.